Norddeutscher Rundfunk 2021 Sorry Wer hat denn überhaupt für euch ein Handy mit? Ja, ich Wieso Armin? Na ja, normal ist auf der Piste der Handyempfang einfach immer gut und dann kannst du immer telefonieren und wenn du einmal in Schwierigkeiten kommst, dann kannst du so immer Hilfe holen Was mach ich dann? Ja, da gibt es zwei ganz wichtige Nummern, die ihr euch merken solltet Das eine ist 112 Das ist die internationale Notrufnummer Da könnt ihr immer anrufen, selbst wenn ihr gar keinen Handyempfang habt Und das zweite ist 140 Das ist die alpine Notrufnummer Die solltet ihr euch auch ganz unbedingt merken Und die gilt echt nicht mehr, oder? Nein Cool, ich rufe jetzt gleich einmal an Ja, hallo, ist da die Pistenrettung? Ja, ich wollte mich einmal überzeugen, ob das geht, gell? Okay Okay Pass Ciao Ah, siehst du, da merken wir auch die Nummer Ja, siehst du Wie war die Nummer? 140, gell? Ja Also immer das Handy eingeschalten lassen und mitnehmen und ja, die zwei Nummer merken Ja, gell, eingeschalten lassen, damit die Mama weiß, wenn wir zu essen kommen Ja Ich hoffe, es ist ein Kipfel, oder? Ja 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 Ja